Jo, herzlich willkommen hier zurück bei Final Fantasy 15. Ja, wir haben in der letzten Folge schon ziemlich viel Nebenquests gemacht und Jagdaufträge. Jetzt schauen wir mal, wie es so weitergeht. Ihr müsst mich heute ein wenig entschuldigen. Ich war gestern auf ein Konzert. Ich bin ein bisschen... ne? Ihr wisst Bescheid. Also, wir machen einfach mal weiter. Grüß Gott. Ist ihr auch ordentlich? Meine Jungs. Gut, mit den nächsten noch. Gute Arbeit. Ich muss noch einen Jagdauftrag machen und dann bin ich Rang 2. Aber gut. Hat er vielleicht noch einen? Oder sollen wir woanders hinfahren? Was kann ich für euch tun? Gibt es hier eigentlich noch was? Hier meine Infos. Ah. Dommelstellen. Okay. Nichts. Weiße Karte brauchen wir glaube ich nicht. Geht ihr für uns auf die Jagd? Es gibt eine Stufe 15 Nachtmission. Nächtlicher Niederschlag. Warum nicht? Ach, ich brauche dazu Rang 2. Wo steht denn das hier eigentlich? Ja, Jagdmarken. Ja, eigentlich gar nicht. Egal. Wenn wir ja Rang 2 sind, kommen wir nochmal hier wieder zurück und machen das auch. So. Jetzt schauen wir mal auf die Aufgaben. Wo sind die Aufgaben? Ja, also gut. Parkplatz, Parkplatz, Parkplatz. Da ist ja bloß ein Parkplatz. Schokobof. Schöner Freunde, müssen wir dahin gehen. Dahinter, haben wir doch wilde Wasser sind tief. Machen wir einfach doch das. Da gibt es keine Probleme. Auf zum Regalia. egal ja jetzt gerade dunkel eigentlich oh ja glaube ich sollte noch mal wagen ich dass er auf halber strecke wieder der andere zu meckern anfängt dunkel ich ja überall heute mache ich dich fertig meinst du in kings night herausforderung angenommen da bin ich auch dabei jungs ist kings night artenspiel zum kartenspiel über das level up stufe 17 gut an die hälfte deiner fotos in selfies bin halt hübsch und steht dazu das ist ganz gut ist auch du bist begabt pronto vielleicht sollte ich nach all dem kämpfen profi fotograf werden das ist cool ja das timing prompt so jetzt steht uns wieder eine lange autofahrt bevor glaube ich kommen mal hallo ich möchte gerne automatisch zum aufgaben ziel das war das noch mal wilde wasser sind tief fahren drei minuten lasst nichts liegen okay so los geht's drei minuten ganz ehrlich da müsst ihr jetzt nicht unbedingt mit dabei sein oder also wir sehen uns in drei minuten wieder bis gleich so da wir gleich da sind habe ich euch mal wieder dazu geschalten so einfach geht das für mich dauert es lang für euch nicht so was wir glaube ich wir halten hier an kann das sein ja ja wir halten ja ich wollte eigentlich noch mal schauen was überhaupt zu tun ist weil ich wollte schauen was zu tun ist wie du aufgaben wasser sind tief ob das und seine freunde treffen auf sanja eine quillige frau mit einem fashion roten hut ist für mich orange egal gladiolus hat bereits in hammerhead mit ihr bekanntschaft gemacht und schlägt vor sich mit ihr zu unterhalten da sie viel über die örtliche fauna war sie hat uns glaube ich hierhin geschickt um frösche zu sammeln war da nicht was ich meine mich zu erinnern das da ist schon fels in dem see und nicht das ist ja schluss mit dem elend schlitz wo hast du das denn gelernt karate-kitschule schlitz 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 da ist doch mal einer was schief gesagt sehr gut du wirst stärker nockt macht wohl die ausgewogene kost du isst nie das gemüse der mag schon gemüse schlitz ss technik weiter geht jo also technisch gesehen ist es nicht ganz richtig und das ist doch ein viech schaut euch das an leckt mich am arsch ihr seht das doch auch huja alter was für ein ungetüm meinst du das kann man irgendwann mal platt machen was ist das eigentlich nockt meinst du nicht wir sollten schnell nach listallum meine schwester macht sich sicher schon sorgen um uns ja aber so viele leute haben uns um hilfe gebeten und ich bin ein zu netter mensch um sie zu oh erscheinen und boom beeindruckend jup ja das wird ein kinderspiel ok weiter so nackt jup schlitz 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 ja aber noch nicht alles anscheinend oh Oha! Eis! Eis, Eis! Hehehe, das war's ja rüber drin! Eieiei! Was haben wir denn? Wir haben einen super Trank! Da kann man's gleich rein! Tja! Yo! Komtow weiß, geht's rein! Ist okay? Ich brauch hier schnell mal einen Gladiolos-Sturm! Schlitt sie alle zusammen! Ja! Hey, jetzt sind es viele! Ja, Ignis brauchen einen super Trank! Was schaut's aus? Brauchst du rein, Digga! Kann ich jetzt brauchen! Nochmal einen Sturm, bitte! Und... So! Meine Güte, war das gut! Das ist kein Problem! Ja, noch so! Das ist die Füße! Gut! Alter Schwede! Das war knapp! Ja, das war hart! Geschafft ist geschafft! Da hat er recht! Aber es war echt hart! Deck mich bitte! So! Wir müssen da... Oh, das sind ja zwei jetzt auf einmal! Deck mich bitte! Das sind riesen Gravenzmänner, du! Die wohl heißen? Ich nenne sie... Borsti! Nockt! Da oben! Feinde! Danke! Lassen uns halt aber nicht... Ich hab's für Tiere? Nicht mit mir! Nicht jammern! Kämpfen! Ach! Wart! Weg mit ihr! Los mit lustig! Kommt! Los! Bist du befehlen? Hä? Ja! Dann kommen noch die anderen von oben, oder? Bisschen weitergeflogen! Was für'n Glück! Mord! Bin dran! Wie fandst du das? Sauber! Ja! Du da hinten! Komm mal her da! Ja! Uiuiuiuiuiui! Das war einfach! Ja, ja! Total! Das war einfach! Prompto ist hier irgendwie die ganze Zeit immer ein bisschen am sterben. Kann das sein? Gern leben! Haltrank! Gern! Haltrank! Gern! Gern! Also! Ruhrstein! grün stein weiß stein hammer geiles ding ohne scheiß so sind wir jetzt aber ganz schön lernen ich schreite los auf meinem job ich habe einen ohrwurm wie fange ich frische höre schon welche nicht schlecht nach einer gefangen glaube ich muss ja nach gehör gehen kann es sein irgendwie mal nach gehör rein ihr sucht auch mit oder mache ich das jetzt alleine ich mal vielleicht auch am wasser irgendwo anders interessieren uns so wir gehen gerade aus dem gebiet raus aber schaut mal was da ist was denn hallo pfüsse verroste die münze ist ja gut argitech motoren sind auch weg und nichts desto rotz brauchen wir hallo quarkis kleine 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 quarkis ich höre auf jeden fall hier welche vielleicht am rand hier was einer begreift mich das große vieh gestrüpp sind bestimmt hunderte versteckt ich sehe sie bloß nicht da ist ein knopflose an deiner jacke stimmt ach ist egal pass auf du darfst du darfst nicht verletzen ich nicht vor hier noch ein da ist eine jetzt haben wir laufen jetzt fehlt bloß nur einer hört ihr noch was wäre ja nichts hier was hier auf dem stein was geht zum glück sind die rot nein nicht so laut da oben danke lieber da unten frösche nicht zerquetschen ja riesen kummer das hellchen jetzt so hoch das müsste eigentlich reichen aber auch allmählich genug dann mal zurück zu sanja einmal zurück zu sanja aber halt hier blut ausrüstung aufgaben haben wir hier noch was in der nähe ist doch noch was er müsste darunter darüber ist zurück waren jedoch zurück mein wir können ja einfach auf der karte sagen zum regal ja das ist das erste mal dass ich das erste mal dass ich erläuter es uns doch mehr gladiolus so einmal bitte zum geschäft muss mal ein geschäft erledigen automatisches waren ach so ich könnte ja eigentlich auf fortsetzen ja direkt reißen noch besser noch mal nadebalken egal so mal sehen was die olle jetzt sagt weil wir ihnen die fünf prinzen vorbeigebracht haben wie wir es mit einer pause jetzt schon wer will was essen also ich brauche jetzt eigentlich nichts esel dahin alle mann wir folgen kommt lasst uns shoppen auf geht's hängt noch was nacht komm schon die helfen mir bei meinen studien studien längere nächte die vielen erdbeben irgendwas stimmt mit dieser welt nicht mehr und ich will den grund dafür herausfinden ihr etwa nicht und wozu die frösche ist ja weil es rotfrosche erst seit kurzem gibt vielleicht hängt das mit dem rest zusammen wer weiß dann können die kleinen glitscher der schlüssel seien der das rätselraten beendet ach so neugierig geworden willst du mir wieder helfen so war das eigentlich nicht alles klar dann bis zum nächsten mal und hier ist die belohnung für die rotfrosche ich hoffe es wird euch helfen ja alles klar es gibt erfahrungspunkte das war recht viel mich am arsch und sterben alle scheint hat sie keine neue quest mehr so war das etwa doktor sanja jäger das hat aber lang gedauert sanja jäger dr jäger ist eine äußerst berühmte biologin ihre bücher und abhandlungen werden auf der ganzen welt gelesen was diese frau das ist nicht dein ernst oder die freakige egal hallo nettes barpersonal willkommen im köln nest oh die hat ein leckeres gebäck hinter sich alles klar bei euch so erstmal brauche ich ortsinflusstiger was interessiert euch denn alles auf weiter flur die erkennungsmarke dann haben wir hier noch jagd aufträger auf jeden fall gefährliche garulas die sehen ja moppelig süß aus immer mit angenommen man dankt man bittet moor und totschlag ja da haben wir eh schon gelb fang qigong ji haben wir eh schon ein paar gemacht glaube ich nehmen wir auch mit viel erfolg schön für geld mache ich alles halt warte da war ja noch ein anderer den kann ich wahrscheinlich noch nicht seit den kampflaune muss ich da jagen spindelhorn final alex jetzt geht es aber los kann ich aber nicht annehmen nee rang 3 ach das gelbe zeichen bedeutet welche welchen rang das hat glaube ich holen in stu hab's hab's geblickt hab's geblickt was gibt es denn zu essen äh jettis promets ach das ist kennys lachs der gute lachs nehmen wir uns fritten einmal fritten bitte mitnehmen das sieht schmackhaft aus nom 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 kann er wieder fritten nachgucken Essen ist voll auf zu den jagdaufträgen müssen ja ganz in der Nähe sein man sieht sich wir sind viel zu spät ran aufgaben so ja die sind echt nicht weit entfernt da können wir schnell hinlaufen komm da machen wir noch einen einen machen wir noch und den anderen machen wir in der nächsten Folge hätte ich gesagt das ist das ist ein deal und dann können wir uns einfach zum regalia zurück porten das ist optischmal so machen wir das leckt sie halt extremst so mal quer durchs gebüsch oh da ist doch so ein moppel ne greift er mich jetzt auch an wenn ich an die pfeiler scheint nicht scheint nicht gut so weiter quer fällt ein so ist hier büsch hinten sehe ich da schon was aber auch nicht oder weesesne 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 ich weesesne augen auf war keine absicht wirklich keine absicht ne die sind auch nicht das sind noch 150 Meter diese Hitze warum ziehst du nicht die Jacke aus weil es sonst uncool ausschaut oh keine ahnung von Style alter das sind vielleicht gar nicht mal so wenige ach warte schnell muss noch schnell ausrüst octis auch unbedingt noch feuer mega feuer bald klingelt die kasse leute weiter kann ich den nicht feuer kann ich das so irgendwie abbrechen oh ups das war voll daneben so mobile alter uja ok also am besten von hinten das machen wir schon machen wir schon machen einen nach dem anderen die sind schön langsam so so das erste Viech wäre erledigt das zweite Viech kommt noch immer schön von hinten angreifen läuft da die auch so langsam sind könnte ich doch meinen Zweihänder nennen macht doch bestimmt viel viel mehr schaden macht doch bestimmt viel viel mehr schaden ja der macht viel viel mehr schaden zack rein damit dann mich er war zum nächsten ruch sie die 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 Passt. Daneben. Oha, oha. Der flippt ein bisschen aus. Und das vergift ihm. Lalalalalala. Fressen oder wir fressen werden. Fressen. Die zu langsam. Adieu. Adieu. Au. Schlitz. Alles klar. Ja. Brauchen wir noch was. Durchschuss. Der Vorhang fällt. Meisterhaft, Gladio. Voll verschossen. Leg los, Prompto. Da. Auf jeden Fall. Au. Auf mich nicht. Alter, die haben viel Energie. Übelst. Eben. Auf jeden Fall. Alles klar. Gute Arbeit. Einer fehlt doch noch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Überraschungseingriff. Das ist ein bisschen giftig. Im... Den Laufen ist echt anstrengend. Oh, ich habe die Einlieferung. Das waren zwei Aufgaben in einmal. Ähm, gut. Ich sage mal, super lecker. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir diese Typen da hinten fertig machen. Wenn ihr Bock habt. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.